Da ist das New Eden Einkaufszentrum. Aber vorsieht, Bürgermeister Kelleyn hat einen Wahlkampfauftritt. Ein paar Straßen weiter, also gibt es überall Straßenspannung. Ja dann, ab zum Einkaufszentrum würde ich sagen. Und dodgen wir mal die Polizei. Oh shit, das fängt schon gut an. Hä, wie soll das klappen? Hä? Das fängt schon super an. Achso. Ja gut. Man sollte einfach die Augen aufmachen. Wäre doch schlau gewesen, ne? So, jetzt kommt es gut. Nur kurz umschauen, ob hier irgendwas Spannendes ist, ne? Boah, die Meter ist gerade ziemlich laut. In den Bereichen 3 und 4 müsst ihr seinen Weg auf die Überführung geben. Da ist die Polizei. Ab und nach da oben. Ja. Shit. Ja. Ja. Achso. Achso. In die andere Richtung offensichtlich. Das spielt hier keine Rolle. Ja. Das spielt hier keine Rolle. In deiner Nähe. In deiner Nähe müsst es eine Gasse geben. Da solltest du wieder hoch auf die Denke kommen. Fuckin Helicopter. Ich muss achten. Die Gasse ist genau da. Du siehst. Ja. Ich bin schon dran. Ich versuch's. Go, 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 go. Oh. Er ist meine Sicherheit. Aber ich hör noch mehr Sirenen. Shit. Mach schon auf. Alter! Quenching your thirst, Rapose. Shit, mal nach hier oben. Fuck. Wieder das gute alte Abrollen. Come on, muss nicht sein! Die Polizei lässt mich echt nie in Ruhe. Ab nach oben. Ich hoffe, der Hubschrauber kommt nicht gleich. Auf den Dächern gehen Kopf in Stellung. Du musst wohl gegen sie kämpfen. Nee, nee. Muss nicht sein. Ich hab doch gedrückt! Oh Mann! Wo bin ich jetzt? Was? Fuck! Die sind so stark. Komm schon! Komm schon! So. Go, 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 go! Keine Zeit verliehen! Oh Mann! Shit! What? Ja, das Eingriffsteam kommt nur ein paar Blöcke von dir. Okay, aber nach oben. Ich sag auch ehemalig nach oben. Soll. Ich hoffe, die Cops haben es irgendwann mal mit ihrem... What the fuck? Die Verfolgung mit mir. Ich glaub, die hören nie auf. Ich glaube nicht. Ich glaub, die Hubschrauber sind. Ich seh es. Okay. Und jetzt? Nach dort drüben? Was für ein Sprung. Puh, Alter. Ich hoffe, am Schluss gibt es keine Statistik, wie oft ich gestorben bin. Denn das ist wahrscheinlich ziemlich hoch. Okay. Mit denen kann ich es nicht aufnehmen. Und ich muss einfach weiter. Hä, wo? Achso. Es hat nie herausgesehen, als es ist. Okay, von dort oben. Einfach weiter, einfach weiter. Sie haben sich verzogen. Jetzt müssen Sie uns, ohne beschossen zu werden. Hä? Muss ich in der Luft abspringen? In der Luft abspringen, als er... Äh, doch, schon nach da drüben, okay. Äh, doch, schon nach da drüben, okay. Okay, hier geht es nicht hoch. Okay, hier geht es nicht hoch. Gedrückt. Ich bin wieder in einem Office-Gebäude hier unterwegs. Das sieht mir nach Coop-Territorium aus. Nee. Ich bin wieder in einem Office-Gebäude. Ich habe so viele von diesen... von diesen Taschen übersehen dass es eigentlich schon nicht mehr feierlich ist Really? Achso, diese Klüfen zeigen eigentlich dass etwas hier sein soll und ich habe es übersehen, schon ein paar Mal Ok, ich habe so viele übersehen 4 von 30 Ich glaube die 1 von 3 steht für das Kapitel Naja, wenn es heiß zur Sache geht, habe ich keine Zeit um mich umzusehen Ja, ich habe da irgendwie einen anderen Runner von mir Keine Ahnung, ob das relevant ist Holy Ja, wie denn? Da ist dein Fahrstuhl, nehme ihn um rauszukommen Ja genau, den Fahrstuhl nehmen Junge, der ist aus Glas Was? Fuuuuck Shit Junge Kletter auf die oberen Etagen Okay, nach oben Schön am Rand bleiben wegen Kops Ich bin ja schon dran Aber doch nicht hier lang, oder? Ne Niemals Von da kommen sie bestimmt Hä, nicht Auf dem Einkaufszentrum gibt es Tragwerke und Wartungsbereiche So solltest du von da oben weg kommen Ich versuche, ich versuche Ich versuche, ich versuche Los, los, los Weiter so Junge Hat Ropa dich reingelegt? Ja, ich glaube schon Hä? Noch höher, Faith Ja Ja, wie denn? Wie soll ich nach dort oben kommen? So Ich denke manchmal nicht, dass das möglich ist Dass ich so hoch springen kann, aber okay Da bin ich wohl falsch Versuch im Sektor 12 Keine Spur von dir Verstand Vorrücken vom Sperrgebiet Ganz zufällig Genau so Stoppt der Ventilator Das schlau hier oben durch entlang Sieh mir nicht so aus Bewegung, Bewegung Bewegung! Shit! Okay, mit dem kann ich's nicht aufnehmen Oder? Nee, niemals Los, los, los Los Okay, einfach durchrennen Würde ich sagen Da ist der Oh shit, Faith Ich hab mein Maschinengewehr Nee, nimm doch die Knarre wieder Junge Mädel Nimm die Knarre Bitte Nimm sie Oh man Ich muss nach oben, nicht nach unten Das ist das Problem Aber wie? Hier gab's ja nichts Hier gab's ja nichts Ich muss da runter Um irgendwie hoch zu kommen Wow, hier komm ich gar nicht durch Falscher Weg Ich muss ja nach oben Ich muss ja nach oben Aber wie? Ich bin nämlich wieder unten Das bringt ja gar nichts Hä? Bewegung, Bewegung Hä? Ja, bringt mich um Komm I don't know Da spielen manchmal Oh shit, Faith Ich hab mein Maschinengewehr Vorsicht Außer Betrieb Ich muss nach oben Dort oben Hier geht's nirgends lang Ähm Okay, I see Ich hab's glaub ich gesehen Ich hab's glaub ich gesehen Bin ich jetzt nicht in der Mitte? Alter 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 Schwede Das Spiel macht es einem echt nicht leicht Den Weg zu finden Zumindest hab ich ne Waffe Zumindest hab ich ne Waffe Die bringt mir wahrscheinlich nicht allzu viel Ah Gut, ich bin echt blind manchmal Ah Aber eine letzte Tür Dann solltest du raus sein Hoffentlich Mein kleiner Freund scheint zurück zu sein Ist der der Attentäter? Ich weiß nicht Aber ich hab ne Vermutung wer's weiß